Hallo, liebe Deutschlernende! Heute möchte ich euch ein bisschen etwas von Berlin zeigen. Berlin ist eine sehr, sehr grüne Stadt und das seht ihr hier um mich herum, wie viel Grün hier ist, wie viele Bäume. Ich befinde mich hier gerade in einer Allee. Allee, das heißt, dass rechts und links von der Straße Bäume sind und ja, überall, überall um mich herum ist es grün und es sieht gar nicht so sehr aus wie eine Großstadt. Es gibt auch wenig Autos, also hier hatten wir ein Auto, aber ansonsten ist hier nicht viel los. Es ist sehr ruhig und sehr grün und das ist auch Berlin. Das ist auch Berlin. Es ist eine Großstadt und wenn man im Zentrum ist, dann ist es dort auch sehr chaotisch. Da gibt es auch ganz viele Autos, ganz viele Leute und ganz viele Hochhäuser, aber der Großteil von Berlin sieht wirklich so aus wie hier. Im großen Teil von Berlin sieht man viele Bäume, man sieht auch hübsche Häuser, hübsche Gärten. Na ja, nicht Gärten, aber halt so Beete. Ja, Beete, ganz viele Blumen und ja, das finde ich total schön. Es ist eine total schöne Stadt. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.